Wie spät ist es? Keine Ahnung, sag du es mir. Es ist 12.15 Uhr. Und keine Seele ist zu sehen. Lass das sein. Ja, wir müssen den Notarzt anrufen. Hallo, wir hatten einen Unfall. Oh, scheiße. Lass uns bitte wieder ins Auto gehen. Hunde Zähne sehen anders aus. Ma'am, Ma'am, geht's Ihnen gut? Ja, vielen Dank. Der Notarzt braucht noch eine Weile. Sie können drinbleiben. Oh, there are monsters. They come and go. Ma'am! So weit, abschalten! Schält uns ab! Abschalten! Na ja, alles gut. Allt gut. Shhh. Alles gut. Shh. Mama! Mama! Mama? Ja!